Ist nicht nötig, ist nicht nötig, dass man immer was zum Lachen hat. Hauptsache du hast nicht Kummer, der dich bis zum Weinen bringt. Quäl dich nicht, wenn dir im Beutel keine goldene Münze klirrt. Übel ist der arme Mensch dran, der keinen wahren Freund besitzt. Wenn du blank bist, ist schlecht, ist nicht schlecht. Kein Herz zu haben, das macht nichts, aber im Gegenteil. Sich zu streiten, ist schlecht, ist nicht schlecht. Sich einzuöden, das macht mir nichts aus. Doch, das macht was, das ist sehr schlecht. Ist nicht nötig, ist nicht nötig, dass man immer was zum Lachen hat. Nein, 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 nein. Ist es nötig, ist es nötig, dass man immer was zum Lachen hat? Hauptsache du hast nicht Kummer, der dich zum Weinen bringt, oh 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 Quäl dich nicht, wenn dir im Beutel keine goldene Münze kriegt Übel ist der arme Menschstrang, der keinen wahren Freund gewinnt Wenn du um lang bist, du kannst du dich nicht mehr auf den Weg Wenn du um lang bist, du kannst du dich nicht mehr auf den Weg Ist halb so mild, aber herzlos sein, ist sehr schlecht, nicht zu streiten, ist halb so wild, sich anzuüben, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Ist nicht nötig, ist nicht nötig, dass man immer was zum Lachen hat, Hauptsache du hast dich Hunger, der dich zum Beinen bringt, oh, 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 oh. Quäl' dich nicht, wenn dir im Beutel keine einzige goldene Mütze klärt, übel ist der arme Mensch dran, der keinen wahren Freund gewählt. Untertitelung des ZDF, 2020